Und interessanterweise ist es ja, man immer glaubt so vom Gehirn, hier ist der Big Boss, der sendet die Signale down. Aber tatsächlich ist es so, dass 90% der Nervenstränge in aufstrengender Richtung sind. Genau, ein gereizter Darm hat zwangsläufig auch ein gereiztes Gehirn oder gereizte Nervenzellen für das Nerven. Wo ich mir denke, hey, gehör doch einfach wieder mehr auf den Körper. Hallo liebe die Smarter-Community, schön, dass ihr heute beim Insta-Live dabei seid. Heute wird uns Michaela Meier erklären, was es mit dem Zusammenhang zwischen Darm und Psyche auf sich hat. Michaela ist Ernährungstrainerin, Autorin und hat sich vor allem auf dieses Thema spezialisiert. Ja, magst du dich gerne einfach nochmal selbst vorstellen? Ja, gern. Also, liebe Meier, danke, dass ich da sein darf. Ich bin die Michaela, bin Unternehmerin, diplomierte Ernährungstrainerin, 29 Jahre jung und jetzt gerade hier in Amsterdam. Ich verstehe mich aber als Food-Nomadin, das heißt, ich schaue und erforsche, was die Welt kulinarisch so zu bieten hat. Und ja, gebe mein Verständnis von Ernährung auf unterschiedliche Art und Weise weiter. Das sind Workshops oder jetzt hier mit dir in Instagram-Live. Super, ja, vielen Dank und da freue ich mich total. Heute werden wir uns, wie ich schon angekündigt habe, besonders mit dem Thema Darm und Psyche beschäftigen, was ich ein sehr, sehr spannendes Thema finde. Wie kam das denn dazu, dass du dich mit dem Zusammenhang zwischen deiner Darmgesundheit und deinem psychischen Wohlbefinden beschäftigt hast? Puh, das war, das ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß es noch, das war im Juli 2019. Da lebte ich nur in Hamburg, war Development-Managerin, ganz was anderes und hat meinen Job an den Nagel gehängt, weil er mich nicht mehr glücklich gemacht hat. Im Gegenteil, er hat mich super, super unglücklich gemacht. Ich habe wirklich depressive Züge angenommen. Ich war an einer Burnout-Gruppe beteiligt und ironischerweise hat mir diese Diagnose meinen Darm schon lange im Vorwachen gestellt. Nur konnte ich da den Körper noch nicht lesen. Ich wusste nicht, was er mit Sachen hatte. Also ich war, klar, ich war ständig müde, ich war abgeschlagen, war häufig krank, hatte Verdauungsprobleme. Mir ging es nicht gut, das konnte ich verstehen, aber mehr auch nicht. Und dann habe ich mich immer mehr mit der Ernährung auseinandergesetzt. Vorher, eigentlich, weil ich so viel Spaß im Kochen hatte, weil es für mich so ein meditativer Ausgleich war, habe dann ein Studium zur Diplomierten Ernährungstrainerin begonnen und habe dann verstanden, welchen Einfluss Lebensmittel auf unser Wohlbefinden haben können. Und das hat mich so gefuchst, dass das mein absolutes Herzensthema geworden ist, wo ich gesagt habe, ich will dieses Wissen hinaus in die Welt tragen. Ja, total schön. Ja, und ich denke mal, das ist auch eine Situation, die du beschreibst, so wie es dir ging, wo sich ja auch leider viele mit identifizieren können. Also so geht es, das hört man ja wirklich von vielen Menschen, dass es ihnen so geht. Wie konkret können wir uns denn jetzt diese Verbindung von Darm und psychischer Gesundheit vorstellen? Also du hast irgendwie gesagt, dir ging es psychisch nicht gut, du hattest auch Verdauungsbeschwerden. Was ist das im Zusammenhang? Also beim Darm und Hirn ist es so, also um das Ganze zu verdeutlichen, kann man sich das vielleicht in einem Bild vorstellen, dass Darm und Hirn so Nachbarn sind quasi. Also sie sind in super engen Austausch miteinander, aber sie führen auch ihr Eigenleben. Also so kann auch der Darm einständig, losgelöst von irgendwelchen Befehlen vom Gehirn, Hormone, Botenstoffe bilden, ja, beispielsweise Glückshormon oder Dopamin, solche Geschichten. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, dieser ganz, ganz enge Zusammenhang zwischen den beiden Nachbarn. Man kennt das ja oft, man hat Stress, Alarm und das spürt man gleich in der Bauchgegen. Und viele Sprichwörter resultieren ja danach auch, dass man sagt so, ah ja, das schwingt mir auf den Magen oder heute, für alle, die jetzt zuhören, mein Instagram-Account ist down. Das war purer Stress, ja. Und für alle, die zuhören, ich konnte bis heute nicht aufs Klo gehen, ja. Also das löst sich für mich unmittelbar auf dem Magen aus. Und in umgekehrter Richtung geht das aber genauso, ja. Also dass der Darm, das alles, was ich quasi esse, hat zwangsläufig Einfluss auf meine Gefühlswelt. Weil so ist auch die Verbindung. Okay. Ja, super spannend. Und ich habe vorhin schon mal diesen Begriff Darm-Hirn-Achse genannt. Kannst du uns erklären, was das bedeutet? Also was ist da für eine Verbindung? Genau, die Darm-Hirn-Achse, die versimmelt sich quasi diesen nachbarschaftlichen Austausch, was ich dann meinte, zwischen Darm und Hirn. Man kann sich das vorstellen wie eine mehrspurige Autobahn, wo einfach diese Botenstoffe, diese Neurotransmitter hin und her geschickt werden, ja. Und interessanterweise ist es ja, man immer glaubt so vom Gehirn, hier ist der Big Boss, der sendet die Signale down. Aber tatsächlich ist es so, dass 90 Prozent der Nervenstränge in aufsteigender Richtung sind. Das heißt, das versimmelt sich ja mal, welchen Einfluss der Darm auf unser aller Wohl hat. Also es ist wirklich erstaunlich. Und man sieht einfach in Studien immer mehr, dass beispielsweise bei depressiven Menschen die Zusammensetzung des Darm-Mikrobioms anders ist, als wir besuchten Menschen. Und ja, da geht jetzt alle, die Entwicklung geht dahin und wir schauen, wie es weiter wird. Okay. Ja, super spannend. Also das heißt, nicht nur quasi, wenn wir Stress haben, wirkt sich das auf die Verdauung aus. Manche Menschen kriegen Bauchschmerzen, andere kriegen Durchfall. Sondern auch, wenn der Darm, sage ich mal, wenn es dem nicht so gut geht, wirkt sich das auch auf die Stimmung aus. Ja, absolut. Also das kann man wirklich sehen. Und genau, ein gereizter Darm hat zwangsläufig auch ein gereiztes Gehirn oder gereizte Nervenzellen für das Nachsehen. Und oft auch depressive Stimmungen. Okay. Wie können wir denn jetzt zum Beispiel feststellen, dass da im Darm irgendwie was nicht stimmt? Also vielleicht hat man schon so ein Gefühl dafür, also spürt das schon. Wie kann man da jetzt mal nachgucken, was da los ist? Nachgucken ist ja schön. Also grundsätzlich beim Darm ist es so, dass da Billionen von Bakterien drinnen sind. Und da gibt es nützliche und weniger nützliche. Und das Ziel sollte sein, dass diese nützlichen die Überhand haben. Dann ist alles tippitoppi und uns geht es gut. Und oft ist es so, dass es nicht so ist. Und dann spüren wir die Anzeichen ganz, ganz schnell. Also beispielsweise ein übel riechender Schulgang kann schon das erste Alarmzeichen dafür sein, dass nicht alles gut ist. So, und jetzt ist es ganz spannend, weil jetzt habe ich ja hier nicht meinen Original-Account. Das heißt, meine Familie kann nicht zuhören. Das heißt, aus dem Nähkästchen geplaudert, Maja. Ich komme aus einem Bauernhof in Österreich. Und du kannst dir vorstellen, was da gegessen und getrunken wird den ganzen Tag. Und du kannst dir vorstellen, wie es da auf der Toilette riecht. Und ich sage immer, Mama, irgendwas stimmt da nicht mit deinem Darm-Mikrobiom. Und ich stelle sie mir so an, das hat ja jeder irgendwie mit dem Darm. Und das höre ich so oft. Das höre ich auch bei meinen Klienten. Ja, heutzutage hat ja jeder irgendwas. Nein, nicht jeder hat irgendwas. Das ist wirklich ein Alarmsignal. Und wenn es an unangenehmen richten, Blähungen, noch Verdauungsunregelmäßigkeiten, egal ob Durchfall oder Verstopfung dazukommt, dann ist wirklich, dann stimmen wir das nicht. Okay, ja. Ja, finde ich super, dass du es nochmal sagst. Weil es gibt ja super viele Menschen mit Verdauungsbeschwerden. Und oft ist das so, dass das einfach so akzeptiert wird. Weil man sich da einfach auch schon gewöhnt, dass das so ist. Und es ist ja auch ein Tabuthema, gell? Irgendwie ist es ja auch so, mit dem reden, aber es muss raus. Was kann ich dann denn jetzt tun? Also was wäre so der erste Schritt, wenn ich merke, ja, irgendwas stimmt da anscheinend nicht mit meiner Verdauung? Ja. Grundsätzlich kann man mal hergehen und schauen, okay, was stimmt denn mit meinen nützlichen Darmbakterien nicht? Ja, kann ich da irgendwas machen? Und dann einfach gezielt, einfach ganz from the beginning, ja, dass man hergeht und sagt, okay, jetzt kaue ich mal ordentlich. Und ich weiß, ich werde immer so belächelt für das, ordentlich kauen. Aber für mich ist das so wichtig. Deswegen ist hier jetzt mein zweiter Blog auch 27 Bites. Und auch für Michelas, meine Travel-Sparte, heißt auch 27 Bites. Weil es darum geht, nicht nur Erlebnisse beim Reisen ordentlich zu verkauen, sondern auch meine Nahrung. Und da wird der Magen bzw. der Magen-Darm-Takt so entlastet, das ist wirklich der erste ultimative Tipp. Und dann natürlich her schauen und schauen, was esse ich denn eigentlich? Esse ich zum Beispiel zu viel tierische Produkte? Esse ich zu viel Zucker, zu viele Fastfood, zu viele künstliche Aromastoffe? Auch wie schaut es aus mit den Genussgiften, Nikotin, Alkohol, Antibiotika? Das mag mein Darm gar nicht, ja. Und natürlich auch Stress, ja. Also wie gesagt heute, also ich habe mir entspanntere Donnerstag vorgestellt. Das legt die Verdauung lahm. Auf einen Tag ist es nicht schlimm, ja. Aber wenn das chronisch ist, wenn ich jeden Tag das habe, wird die Verdauung einfach mal ausgesetzt. Weil der Körper ist programmiert, so überleben. Herzschlag an, Verdauung später. So, das heißt, hier wirklich gezielt würde es sich anbieten, das Darmmikrodeur ein bisschen aufzupucken. Okay. Und du hast gesagt, es gibt ja verschiedene Darmbakterien, nützliche, weniger nützliche. Gibt es da auch eine Möglichkeit, mal wirklich gezielt zu gucken, wie sieht das denn jetzt in meinem Darm aus? In Studien gibt es tatsächlich Forschen, wo man dann natürlich auch Proben entnehmen kann, ja. Wo man dann schauen kann, wie ist die Bakterienzusammensetzung in meinem Darmmikrobiom. Das kann man natürlich machen. Aber man kann auch beispielsweise mit Probiotikum arbeiten und da geht sich die Darmflora aufbauen. Okay. Und mit welchen Lebensmitteln könnte man dem Darm was Gutes tun? Also so, was fällt dir da speziell zu ein? Ja, also ich bin froh, dass du fragst, weil tatsächlich ist es so, dass ich auch immer gefragt werde, einfach so pauschal in einem Probiotikum beispielsweise. Und da tue ich mich sehr, sehr schwer, weil ich die Leute meistens nicht so speziell kenne, dass ich irgendwas veranschlagen kann. Und dann ist es oft ein Griff ins Klo, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, gezielt mit den Lebensmitteln arbeiten, wie die Natur uns zur Verfügung stellt, ist super. Ja, beispielsweise gerade die Omega-3-Fettsäuren, beispielsweise in Algenöl oder in fettreichen Fisch, da ist die essentielle Omega-3-Fettsäuren, die DPA, ist super, um Depressionen zu heilen. Aber auch Ballaststoffe, Ballaststoffe ist quasi so das Futter für die guten Darmbakterien, in Linsen, in Vollkorngetreide, solche Geschichten, Gemüse natürlich, das lieben die Darmbakterien. Oder auch fermentierte Lebensmittel wirken sich ganz gut für unsere Darmbakterien aus, da werden sie so ein bisschen aufgepäppelt. Also wir schaffen ein super Milieu. Auch fermentierte Lebensmittel, hast du da so ein paar Beispiele? Ja, klar, also Sauerkraut, Kombucha, wir haben unseren eigenen Kombucha-Trink immer da, aber natürlich auch Kefir, Joghurt, solche Geschichten, genau. Und aber auch, also für alle, die jetzt zuhören und eigentlich nie solche Lebensmittel hören, da empfiehle ich sie schon so Obacht, ja. Also der, der das noch nie gemacht hat und dann sich so hält, keine Art, Ballaststoffe und fermentierte Lebensmittel reinpfeffert, der muss ein bisschen Acht geben, weil sonst haben wir so pünktlich vor Neujahr ein ordentliches Kupskonzert, ja. Also der Magen muss da auch schriebweise dran gewohnt werden. Ganz wichtig. Ja, und sonst natürlich auch polyphenolreiche Lebensmittel, beispielsweise in Olivenöl, im grünen Tee, das ist auch Futter für die guten Darmbakterien, fördern, fördern auch die Kognitation oder tryptophan-reiche Lebensmittel, wie in Sujapone, in Aya, in Pute. Also, ja, Essen, Essen, Essen. Okay, und hast du bei dir selber auch festgestellt, als du angefangen hast, dich mit deiner Darmgesundheit zu beschäftigen und deinen Darm zu stärken, dass das dann auch positive Auswirkungen auf deine psychische Verfassung hatte? Ja, absolut. Also das war gleich eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe, auch wieder mehr auf den Körper zu hören. Also klar, vielleicht an alle, die zufrieden, ich bin so froh, dass ihr noch da seid, weil oft wird man ja öfters erschlagen mit Omega-3 und hier Polyphenol und da dies, ja. Also die Nahrung ist ja teilweise zu super komplex geworden, wo ich mir denke, hey, gehör doch einfach wieder mehr auf den Körper. So tut es mir gut, und wenn ich komplett mich über esse oder die Uhrzeit oder die Qualität vom Essen, ja, also solche Basics führen ja wieder dazu, sich mehr zu spüren. Und das führt auch zwangsläufig wieder dazu, dass es einem besser geht. Also auch in Bezug einfach auf die Darmgesundheit, auch einfach mal selbst beobachten wahrscheinlich, ne, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut, welche Portionsgröße, so. Ja, man kann mit einem Ernährungstagebuch beispielsweise arbeiten, das empfiehlt sich immer gerade am Anfang, wenn man vielleicht merkt, okay, ist da irgendwie, oft erkennt man dann so ein Muster, ah, okay, bei solchen, solchen Lebensmitteln reagiere ich immer so und so, ja. Also sich einfach mal ein bisschen beobachten und ja, Zeit nehmen, für sich selbst das herauszufinden. Ein super spannender und abenteuerlicher Prozess, der das sein kann, ja. Okay, und hast du noch so ein paar Tipps für uns? Ja, du hast ja gesagt, lange kauen ist wichtig. Wie macht man das? Also klar, ne, einfach länger kauen, aber wie schaffe ich das achtsamer und langsamer zu essen? Das ist ja gar nicht so leicht. Hast du noch ein paar Tipps? Das ist wirklich nicht einfach. Also am Anfang, und gerade, ne, wenn man jetzt so Suppen hat, so Kürbissuppen oder Kartoffelsuppen, jetzt so, das ist ja, das schnimmt man ja runter. Man muss sich aber da mal vorstellen, welche Lebensmittel, da das wieder hinter stecken. Klar, die Zerkinderung, die gilt natürlich im Körper, aber trotzdem. Das heißt, auch hier bei Suppen, bei Smoothies, wirklich gut einspeicheln und bei allem, was ein bisschen bissfest ist, einfach mal zwingen. Einfach mal hergehen und sagen, okay, jetzt kau ich einfach mal 27 Mal. Und das ist am Anfang so die Überwindung. Und das ist am Anfang dann auch super, mach das mal mit Brot. Brot, du wirst merken, es wird dann auf einmal süßlich. Oder wer Mandeln mag, es wird dann auf einmal marzipanmäßig. Also super abgefahren, was da entsteht. Also das ist wirklich achtsam sein. Und ich glaube, dann ist der erste Stein ins Rollen gebracht. Und alles andere kommt dann von sich, wenn man sich immer wieder ein bisschen dazu hinsetzt und das macht. Magst du uns zum Schluss noch verraten, was so dein Lieblings-Happy-Food ist? Also was dich so richtig, wo du merkst, ach, das hat einen richtig guten Effekt auf mein Wohlbefinden. Ja, ich habe, wie gesagt, heute war ein bisschen ein stressiger Tag. Ich habe mir heute mein rotes Linsen-Dal gemacht. Weil, also abgesehen davon, dass hier mit den Linsen die Ballaststoffe und Kurkuma und heilende Gewürze drinnen sind, es ist einfach, ich sehe es an und es geht mir gut. Es ist so hübsch und dann sticht man rein und man hört so den Schmatz laut und dann ist es super aufregend mit Gewürze und das ist mir auch sehr wichtig an dieser Stelle nochmal zu erzählen, das ist das, worauf es ankommt, das genießen können. Weil, so, was wollen wir alle für Soulfood und Happy essen, wenn wir den Prozess nicht dabei genießen können? So, Essen, das gut schmeckt, das beruhigt uns, das löst Glücksempfinden und das geht. So, weißt du? Ja. Was ist denn an, magst du uns doch verraten, was an Kurkuma denn so gut ist? Also, was hat das so für einen Effekt? Kurkuma, wie Kurkumin, ist quasi, löst Entzündung oder heilt Entzündungsprozesse in deinem Körper. Und eine super aufregende Wurzel aus dem indischen Bereich und genau, also die, jetzt sind wir erstmal da, dass die Entzündungsprozesse werden reduziert, aber welche Auswirkungen es noch hat, da stecken die Forschung auch noch in den Kindern schon. Okay, also wie bei dem Thema Darm und Psyche auch, die Darm-Hirn-Achse, werden wir da wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch ganz viel Neues drüber lernen. Ja. Was ist denn dein Happy Food? Oh, gute Frage. Also, ich mag sehr, sehr viel, super gerne und ich glaube, gerade ist das einfach grießbrei. Wirklich? Weil das einfach so schön mit Zimt, weil das einfach so schön wärmt ist und das liebe ich einfach bei dieser Jahreszeit. Genau. Gewürze können so viel auslösen, gell? Ja. Verstanden. Ja. Gut. Okay, Michaela, dann danke ich dir für das spannende Interview. Ich sage danke. Hat mich sehr gefreut und wünsche dir und allen anderen noch einen schönen Abend. Ebenfalls. Das wünsche ich dir auch. Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal.